Wir sind jetzt nämlich übrigens gerade eben auf dem Weg nach Düsseldorf zum App-Video-Preis. In Düsseldorf. Simon kann nicht laufen und telefonieren gleichzeitig. Oh, er schafft's. Oh. Oh, ich glaube, er kriegt's halt. Lenas Outfit für heute so, dass ohne Pulli. Richtig. Du hast schon keine Hose an, oder? Nö. Okay. Ich krieg mein Shitkissen hier nicht rein. Oh, hallo. Welch ein Zufall. Hallo. Ich wohne hier. Ach so. Ja, danke. Sweet. Cool. Mit Ausblick auf... Geht das auch weg? Nice. Okay, let's go eating. Na, ich muss mal Gelbbeutel mitnehmen. So, wir haben jetzt noch eine Stunde, um uns vorzubereiten. Das ist eigentlich genug Zeit. Aber ich hab auf YouTube gesehen, dass die YouTuber das ja immer anders machen. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. Aber ich bin jetzt am Arsch. Die tun alle nur so. Wir müssen eh in 10 Minuten los. Okay, groß, alles klein. Ich bin fertig. Ich weiß jetzt, warte, meine Brille oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Hey, wo ist meine Brille? So kann ich gehen, oder? Mit der Penisbrille? Ja. Ich muss jetzt auf die andere Kamera wechseln. Nein. Hals, Maul, ich vlogge. Ach so, sorry. Ich muss jetzt auf... Zum Charm. Hals 20. Ich muss jetzt auf die andere Kamera wechseln, weil es ist Spiegelreflexverbot, weil die könnten ja explodieren, deswegen... Okay, und ich würde sagen, es geht los. Ich muss meinen Geldbürtel noch einpacken. Hallo. Oh mein Gott, sehen die geil aus. Fuck, töd. So groß die Tasche. Lena! Wisst ihr was? Ist mir egal, wie ich aussehe. Ich hatte die amtschränkste Woche meines Lebens. Okay, jetzt eine Taxi-Party. Also, wir sind jetzt vor dem Dom und das ist übrigens die glückliche Gewinnerin von den Tickets. Hi. Genau. Und wir gehen jetzt rein. Uh, mal schauen. Ich bin über den blauen Teppich gelaufen. Bin ich jetzt Fame? Ja. Nein. Dagi! 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 Hinter dieser Wand stehen die Stars. Was? Da ist Dagi! Ich hab Hunger. Dagi! Ich filme immer so und schneide so meine Augen ab. Ich kann das nicht. Dagi! Dagi! Oh! Ich bin Türke. Oh ja, da war ja was. Ich weiß nicht welche Speicherkarte das ist, aber Lena oder Annika, du stinkst! Es gibt Beef. Da hatte ich noch kein YouTube. Dann war ich noch ein Scheißkind. Oh mein Gott, danke Annika. Bitte! Ich wollte eigentlich... Es ist mein Gespräch, der Karte. Aber es ist... Es ist meine Idee. Okay, schließ deine Augen, wir sind Schauspieler. Ich habe schon gesagt, dass wir zur After-Show-Party fahren. Okay. Normalerweise wird ihr auf... Abschlussfahrten... Jeder will mich nicht küssen, Leute. Abschlussfahrten wird nicht geflockt. Nein, auf der After-Show-Party wird ja eigentlich nicht geflockt. Aber ich mache jetzt die exklusiven Einblicke auf die After-Show. Los geht's. Exklusive Einblicke in die After-Show. Wir müssen so ein bisschen inkognito filmen. Der Effekt ist da. Es ist exklusiv. Let's go. Jetzt ist es schön. Oh, es bleibt auch schön, doch schön hier. John! Komm rein! Mann, komm rein! Es macht so Spaß! Du bist so eine Scheiße! Mach du was Dummes! Das war's dann auch schon mit der After-Show-Party und mit diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich bin jetzt in Köln, wie man uns schwer erkennen kann. Bis dann! Okay, tschüss! 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 Tschüss!